Best for Soil – Kompost – Vorteile und Nachteile Hallo, ich heiße Alfred Grant. In diesem Best for Soil Video erfahren Sie, welche Vorteile die Verwendung von Kompost bietet, aber auch, welche Probleme bei der Herstellung oder Anwendung von Kompost auf Ihren Feldern oder in Ihrem Gewächshaus zu berücksichtigen sind. Am Ende des Videos finden Sie zusätzliche Informationen zu diesen Themen. Bitte beachten Sie auch die anderen Best for Soil Videos zu Kompost und anderen Themen im Zusammenhang mit Bodengesundheit. Kompost ist ein Produkt, das durch mikrobielle Zersetzung organischer Stoffe unter aeroben Bedingungen entsteht. Abhängig von der Kompostierungsmethode, der Größe, der Intensität des Vorgangs und dem Ausgangsmaterial kann eine Reihe an Komposten unterschiedlicher Qualitäten hergestellt werden. Obwohl Kompost in Abhängigkeit von den Ausgangsmaterialien, den Produktions- und Lagerbedingungen, der Bewirtschaftung und den gesetzlichen Beschränkungen eine Vielzahl von vorteilhaften Eigenschaften aufweist, müssen die Vor- und Nachteile der Verwendung und Herstellung berücksichtigt werden. Einer der größten Vorteile von Kompost ist der große Anteil an organischer Substanz. Es enthält eine Vielzahl von Mikroben, erhöht das Wasserhaltevermögen im Boden, speichert Kohlenstoff und liefert Huminstoffe. Durch weitere mikrobielle Zersetzung entsteht Nahrung für die mikrobielle Gemeinschaft. Und es werden den Pflanzen langsam Nährstoffe zur Verfügung gestellt. Organisches Material erhöht auch die Stabilität der Bodenaggregate und damit die Infiltration von Wasser. Kompost weist ein breites Spektrum an mikrobieller Vielfalt auf. Diese Bakterien, Pilze und Protozon haben verschiedene Funktionen im Boden. Sie wirken als Brücke zwischen den Pflanzenwurzeln und dem Mineralboden, mobilisieren Nährstoffe und bilden Bodenaggregate. Sie spielen auch eine wichtige Rolle bei einem der wichtigsten Merkmale von Kompost, die Bekämpfung von bodenbürtigen Krankheiten. Bodenbürtige Krankheiten sind eine große Bedrohung für Landwirte und Gärtner. Kompost kann eine bedeutende Rolle bei der Unterdrückung dieser Krankheiten spielen. Verantwortlich dafür sind sowohl die biologischen als auch die chemischen und physikalischen Eigenschaften eines Komposts. Diese drei Faktoren sind miteinander verbunden und der Kompost hat entweder direkte oder indirekte hemmende Wirkungen auf durch den Boden übertragene Krankheiten. Direkte Auswirkungen sind mikrobielle Konkurrenz um Nährstoffe, Huminstoffe, giftige, flüchtige Stoffe oder Parasiten. Indirekte Effekte unterdrückender Komposte sind gesundes Pflanzenwachstum, reduzierter Stress der Pflanzen, induzierte Resistenz der Pflanzen und verbesserte Bodenstruktur. Allgemein gilt, Kompost ist kein Pflanzenschutzmittel, kann jedoch einen großen Beitrag zur Verringerung des Drucks von bodenbürtigen Krankheiten leisten. Ein weiterer positiver Effekt der Kompostzugabe ist die Verfügbarkeit von Nährstoffen. Je nach Bodentemperatur und Feuchtigkeitsgehalt kann die Freisetzung von Nährstoffen durch weiteren Abbau der organischen Substanz, aber auch die Mobilisierung fester Nährstoffe aus mineralischen Verbindungen im Boden, einen wesentlichen Beitrag zur Pflanzenernährung leisten. Alle diese positiven Effekte aus der Anwendung und Verwendung von Kompost führen zu einem widerstandsfähigeren Boden. Auswirkungen von Unwetterereignissen, Bodenbearbeitung sowie Pestizideinsatz sind für den Boden und daraus folgend für die Pflanzen weniger negativ. All diese positiven Auswirkungen von Kompost sind mit einigen Herausforderungen verbunden. Nummer 1 ist die Verfügbarkeit von Kompost in Menge, aber auch in Qualität in einem bestimmten Gebiet. Daher ist es wichtig, dass der gewählte Kompost durch interne oder externe Qualitätskontrollen auf positive Eigenschaften überprüft wird. Die wesentliche Analyse, die für einen Kompost erforderlich ist, sind physikalische Eigenschaften wie pH-Wert und elektrische Leitfähigkeit oder Salzgehalt. Chemische Eigenschaften für den Nährstoffgehalt und auch für Schwermetalle sind erforderlich, insbesondere wenn nicht klar ist, welche Ausgangsstoffe für den Kompost verwendet wurden. Die wichtigsten Analysen für Mikroben sind die für Krankheitserreger. Tests auf mikrobielle Vielfalt und oder funktionelle mikrobielle Gruppen sind wichtig, insbesondere wenn die Herstellung von Komposttee in Betracht gezogen werden soll. Auch wenn nicht alle Mikrokunststoffe mit bloßem Auge gefunden werden können, kann die Überprüfung einer Kompostmiete nach einem Regen einen klaren Eindruck davon vermitteln, wie viel Glas, Kunststoff, Metall oder andere Verunreinigungen sich im Kompost befinden. Ein weiterer Nachteil von Kompost besteht darin, dass er voluminös und schwer ist. Daher sind für die Handhabung, Herstellung, den Transport und die Anwendung auf dem Feld schwere Maschinen erforderlich. Die Verwendung von Kompost bietet eine Vielzahl von Vorteilen für die Bodengesundheit und viele Bodenfunktionen. Aber wie immer muss im Voraus viel überlegt und geplant werden, um alle Vorteile zu erzielen und die Nachteile zu verringern. Weitere Informationen zum Thema Kompost finden Sie auf der Best4Soil Website.